Hallo, willkommen zu meinem Video zum Thema Rechenregeln beim Addieren und Subtrahieren von rationalen Zahlen. Beginnen wir kurz mit einer Erklärung, welche Zahlen zu den rationalen Zahlen gehören. Im Gegensatz zu den natürlichen Zahlen und den ganzen Zahlen gehören zu den rationalen Zahlen auch positive wie negative Dezimalzahlen mit endlichen Kommastellen. Dazu, das Wort endlich ist das Gegenteil von unendlich. Die Dezimalzahlen mit unendlich vielen Kommastellen zählen zu den irrationalen Zahlen, da sie nicht als Bruch zweier natürlicher Zahlen angeschrieben werden können. Zur Erklärung, wie man mit rationalen Zahlen rechnet, beschränken wir uns jedoch in diesem Video auf positive und negative ganze Zahlen. Unsere Beispielrechnung lautet 5 plus minus 4. Wir könnten zu dieser Rechnung auch eine Geschichte erfinden, wie zum Beispiel, wir fahren mit dem Aufzug, wir starten im fünften Stock und fahren danach vier Stockwerke hinunter. Das UND in unserer Situationsbeschreibung stellen wir durch das Pluszeichen dar. Das Hinunterfahren der Stockwerke stellen wir in Klammer mit der Zahl minus 4 dar. Ihr könnt euch dazu auch mein Einführungsvideo zum Thema rationale Zahlen anschauen. Gehen wir nun zur Berechnung. Bei unserer Rechnung trifft das Rechenzeichen plus auf das Vorzeichen der Zahl 4, nämlich minus. Zusammentreffen bedeutet, dass sie nur durch eine Klammer getrennt sind. Wir wollen nun die Klammer auflösen, damit nur ein Rechenzeichen übrig bleibt. Für solche Situationen gibt es konkrete Regeln in der Mathematik, die man auswendig lernen sollte. Die erste Regel lautet, plus und minus ergibt minus. Also treffen ein Plus und ein Minus zusammen und möchte man die Rechnung vereinfachen, muss es in diesem Fall ein Minus sein. Die Rechnung lautet nun 5 minus 4 und ergibt die Zahl 1 als Differenz. Merken wir uns diese erste Regel und legen sie mal nach unten. Wenn nun bei einer Rechnung das Rechenzeichen minus und das Vorzeichen plus zusammentreffen, gilt natürlich die gleiche Regel wie vorhin. Die Reihenfolge des Zusammentreffens der beiden Zeichen ist somit egal. Minus und Plus ergibt Minus und somit ergibt auch Plus und Minus Minus. Treffen nun in einer Rechnung das Rechenzeichen plus und das Vorzeichen plus zusammen, ergibt sich daraus eine Addition. Also bleibt nur das Rechenzeichen plus übrig. Wenn nun das Rechenzeichen minus auf das Vorzeichen minus stößt, ergibt sich beim Auflösen der Klammer das Rechenzeichen plus. Will man für diese Regeln noch eine übergeordnete Regel formulieren, kommt man drauf, dass wenn ungleiche Vorzeichen zusammentreffen, immer ein Minus übrig bleibt. Und wenn gleiche Vorzeichen zusammentreffen, ergibt es immer ein Plus. Am besten lernt man die Regeln auswendig und sagt sich das öfter vor. So, man sagt Minus und Plus ist Minus, Plus und Minus ist Minus, Plus und Plus ist Plus, Minus und Minus ist Plus. So, viel Spaß beim Auswendiglernen der Regeln. Tschüss, Baba.